Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu Let's Play Leisure Suit Larry. Und auch dieses Mal sind wieder dabei unsere Trashy, unsere Marlene und unser Shoffy. Er freut sich schon tierisch darüber. Es ist so schön, wenn man Leute zum Lachen bringen kann. Ja, aber mir geht das relativ schnell. So, wir waren dabei, ein Date mit dieser netten Dame zu haben und ich werde jetzt tanzen mit ihr. Ja. Tanze. Na, du bist ja so süß. Ich liebe tanzen. Ich dachte schon, du fragst niemals. Komm, los, lass es loslegen. Dirty Dancing. Und jetzt? Und jetzt pass auf, es gibt den geilsten Disco-Dance der Adventure-Game-Geschichte. Komm, Herr Larry, worauf wartest du denn noch? Ich bin ja schon so heiß drauf, es mit dir zu... Ich bin ja schon so heiß drauf, es gibt den geilsten Disco-Dance der Adventure-Game-Geschichte. Und der hat Barbie gerade in den Himmel geworfen. Ich wollte gerade sagen, wo ist sie denn? Scheiße, das habe ich nicht gesehen. Bei mir hängt es gerade tierisch hier. Nee, sie ist irgendwie hochgesprungen. Sie kam jetzt aus der Decke oder so. Ja, ja. Jetzt ist weiter gut. Oh, jetzt hat sie genug. Ja. Ich glaube, jetzt hat sie irgendwie Migräne wahrscheinlich. Und die Musik geht noch mal richtig ab. Aber sowas von hier. Oh mein Gott. Wie sie mit dem Fuß wippt hier. Ja, und guck sie auch noch mal an. Und red noch mal mit ihr. Ich weiß nicht, ob das geht, so wie ich mir das vorstelle. Klick, klick. Sie ist sogar passend geschminkt hier zu ihrem pinken Topf. Ja. Ah, jetzt fragen wir sie endlich mal nach ihrem Namen. Okay. Wie ist denn dein Name, Pupsgesicht? Also das war jetzt eine sehr freie Übersetzung. Ja. Thorn. Thorn. Und irgendwie wusstest du das vorher schon? Ja. Aha. Ja, dann schenkt ihr den Diamanten. Oh, du bist so süß. Ich liebe Diamanten. Aber sie wiederholt sich irgendwie, ne? Also sie liebt irgendwie alles, ne? Ja. Komm, lass uns es machen. Wild und leidenschaftlich. Aha. Oh yeah. Aha. Na, nein, jetzt scheinst du ja mal ein bisschen Glück zu haben. Ja, aber zuerst müssen wir heiraten. Ich würde niemals mit einem anderen Mann den Beischlaf vollziehen als mit meinem Ehemann. Und deswegen musst du mir mal 100 Dollar leihen, denn ich möchte die Honeymoon-Suite im Casino-Hotel reservieren. Und nachdem wir dann verheiratet sind, feiern wir da dann die Hochzeitsnacht. Boah, ich brech ins Essen. Boah, ich brech ins Essen. Aber ehrlich, okay. Ja, das ist doch so romantisch. Haben wir noch 100 Dollar hier, haben wir. Das ist so romantisch, wenn so eine Frau auf einmal mit Vorsitzenden ankommt. Ja, give money to girl oder to woman. Ich liebe Geld und zwar mehr als ich, du, Frau Long. Oh mein Gott. Danke, Larry. Ja, oder mach du ja. Ja, du wirst das nicht bereuen. Triff mich in der Hochzeitskapelle in der Nähe des Casinos in ein paar Minuten. Ich werde uns ein Zimmer besorgen. Beeil dich, Larry, ich kann es kaum erwarten. Baby, ich hoffe, du besorgst mir nicht nur ein Zimmer. Ja, genau. Check doch nochmal bitte dein Geld. Wo hast du dich diesmal reingeritten? Gute Idee. Ich glaube, in einem 10 Meter tiefen Eimer voller Scheiße. Ja. Haha, so ungefähr. Hier nicht. Ah, egal. Da ist er sowieso jetzt wurscht. So. Aha, gut, gut. Und guck dir nochmal deine Geldbörse an. It's empty. Es reicht nicht. Lass uns nochmal ins Casino gehen, eben. Wir brauchen nämlich hundert paar Dollar. Das heißt, wir können aber auch erstmal in die Kapelle. Und dann seht ihr warum. Chapelle of Love. La More. So, raus. Ich weiß nicht, wenn du nach rechts gehst, ob du da jetzt zum Casino kommst. Ich bin mir nicht mehr sicher. Da steht bestimmt so ein Keulenschwinger wieder. Ah, nee, da war doch dieser Schläger weg. Ah, genau. Ah, genau. Ja. Ah. Okay, Taxi. Für meine Güte. Yo, Taxi. Ja, Taxi. Da kommt er schon, der Mario. It's a me, Mario. Ja, und fahr zur Chapel. Ein. Juhu, eine neue Runde, eine neue Bar. Diesmal zur Kapelle. Gewinne, gewinne, gewinne. Hochzeitskapelle. Ja. Naja, wenn man die heiratet, die Frau, da gibt's keine Gewinne, glaube ich. Das ist eine Lüge. Nee, das glaube ich auch nicht. Ich glaube, da würde ich auch lieber freiwillig den Trostpreis nehmen. Oh. Quicky wet. Quicky wet. Genau. Schon eine Milliarde Kunden. Zufriedengestellt. Zufriedengestellt, genau. Wow. Oh, Gott. Und sich, oh, König Porno-Balken ist unser Reverend. Get melded. Get laid. Das kommt später. Nice. Ja, das ist doch mal ein Text für, für, äh, Schein. Aber auf jeden Fall. Ja. Ja. Äh, Stimme, äh, intoniert er folgende Worte und wenn du mal auf, ja. Liebe Gemeinde, wir haben uns heute hier versammelt, um, äh, 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 diese beiden hier, äh, äh, zusammenzubringen in den Bund der heiligen Ehe. Im ewigen Bund. Bei der ewigen Ehe. Im ewigen Bund, ja. Aber bevor, ähm, bevor wir hier wirklich anfangen, die Sache ins Laufen zu bringen, möchte ich euch auch ein paar Worte loswerden. Äh, viele Hochzeiten, die ich hier schon über die Bühne gebracht habe, in dieser kleinen Kapelle, ähm, in this cheap shampoo, die diesen billigen Anzug tragen, bevor sie diese schimmernde plastikbedeckten, äh, Pews? Bank oder sowas. Und irgendwie, ja, irgend sowas. Mit diesen elektrischen Kerzen und diese einzigartigen Plexiglas, äh, Fenster, ähm, diese Ehren halt hier drin vollzogen haben für ein paar Kröten. Mit ein paar lausige Dollar. Und er, äh, macht ne kurze Pause und den Fügel kürzt in seinem kleinen Flachwahl her. Und jetzt, jetzt bitte die kurze Version. Wo war ich doch gleich? Wo war ich stehen geblieben? Wo war ich stehen geblieben? Weiter. Oh ja, ähm, ihr habt einen Ring? Äh, habt ihr einen Ring? Ja, ja, die trägt den, sagste. Ja, das reicht mir. Ähm, habt ihr 100 Dollar? Nö, kann man nicht mehr. Äh, ich dachte, dies wäre der Tempel der Liebe. Kumpel, Mann, echt jetzt. Sorry, Kumpel, aber ihr, äh, you two are S-O-L? Vielleicht Solo? Z-O-L? S-O-L? Ja, auf jeden Fall, ihr beide, ihr beide könnt nicht... Solitary! Okay, ihr beide seid einsam, bis ihr zurückkommt mit, äh, 100 kalten, harten Scheinen. Okay, Pech gehabt, dann solltest du mal, äh, ganz schnell ein bisschen Geld verdienen können. Äh, musst jetzt erstmal deine neue Braut verlassen. Und ein bisschen Kohle schaffeln. I'll be back. Und während du verschwindest, sagt sie... Komm schnell zurück, Larry! Ich weiß nicht, wie lange ich noch auf dich warten kann. Okay. Und wofür steht S-O-L? S-O-L, genau. Sierra Online. Ja, Solo Terry, ne? Okay. Ja, hätte ja sein können, hat ja gepasst. Okay, warte mal hier vorn, mein Baby. Ich bin sofort wieder da. In Windeseile. Äh, ich glaube, du musst jetzt nur einmal nach links gehen und bist am Casino. Was steht denn da für ein alter Typ noch? Guck mal, guck mal, hier der. Was ist das für einer? Ihhh... Look at Frontview. Er hat nicht viel zu verbergen. Hier sitzt offensichtlich. Nein! 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 Er hat einfach versucht, Touch Guy. Ihhh... Ihhh... Wie gut, dass das hier hochgeladen wird, bevor ich Pullis noch zu Ende habe. Speichern! Wenn du drin bist, speichern! Hier unten, das mache ich. Nee, wenn du drin bist, in dem... Okay, ist ja egal. Können wir ja dann nochmal machen. Slot Machine war das, glaube ich. Ah, ja. Use Slot Machine. Ah! Das speichere ich jetzt nochmal. Guck mal. Du hast 58, genau. Ähm... F5. Nee, erst das Geld erhöhen, auf maximal. F6. Genau. 20 Dollar. F4. F6. 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 Okay. Jetzt nochmal speichern, genau. Gut. Du, er sei fertig. Yes! Und jetzt, äh, war das Player. Ja. Und verloren. Ich würde sagen, das, äh, ist ein gutes Ende für eine Folge. Eine kurze Folge dieses Mal. Ja, das muss man ja auch sein. Und dann kommen wir zurück mit mehr Geld. Bis dann. Guck dran. Jo. 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 Ja.